Der König der Löwen aus dem Jahr 1994 zählt unbestritten zu den bekanntesten und beliebtesten Disney-Filmen aller Zeiten. Die Geschichte rund um Simba, Mufasa und Co. begeistert noch heute unzählige Zuschauer. Wie wir seit einiger Zeit wissen, erscheint im kommenden Jahr das Spin-Off Mufasa, der König der Löwen über den legendären Vater von Simba. In unserem heutigen Original erfahrt ihr alle aktuellen Infos, die bis jetzt zum neuen Disney-Film bekannt sind. Also, Hakuna Matata und viel Spaß mit unserem Video! Disney kann in den letzten Jahren auf einige Erfolge im Bereich der Live-Action-Remakes zurückblicken. Mit am beliebtesten ist der König der Löwen-Realfilm aus dem Jahr 2019, in dem man von dem kultigen Animationsstil Abstand nahm und den Zuschauern stattdessen eine neue, modernere Optik präsentierte. Aus den bisher bekannten Infos zu Mufasa lassen sich bereits einige Schlüsse zum neuen Film ziehen. So wird es sich bei der Realverfilmung um ein Prequel handeln, das das frühere Leben von Mufasa im Umfeld des Königsfelsen behandelt. Dabei wird die Beziehung zwischen ihm und seinem später verfeindeten Bruder Scar eine große Rolle einnehmen, und man wird erfahren, wie die beiden zu Erzrivalen wurden. Was aus einem Bericht von ScreenRant im April 2023 hervorgeht, wird Scar im Film zwei Seiten haben. Auf der einen Seite ist er der süßeste Löwe, und auf der anderen Seite wird man seine äußerst gerissene Art kennenlernen. Inhaltlich werden sich die Verantwortlichen wohl mehr oder weniger an der Buchvorlage orientieren, die ebenfalls wie der Originalfilm 1994 erschienen ist und den Titel A Tale of Two Brothers trägt. Das 61-seitige Buch erzählt die Geschichte von Mufasa und Scar, als sie noch junge Prinzen waren, und wie Scar an seine namensgebende Nabe kamen. Dabei geht es unter anderem um einen Kampf mit einem Büffel. An diesem Tag ist Taka, wie Mufasas Bruder vorher hieß, gestorben und Scar geboren. Einen ersten Eindruck des Films konnte man bereits bei der D23 Expo vergangenes Jahr gewinnen. Das Material zeigte den jungen Mufasa auf den Weg in das geweihte Land. Zuvor wurde er als Kind durch eine verheerende Sturmflut elternlos, und war somit bereits früher als andere Artgenossen auf sich allein gestellt. Ebenso viel Screentime wird sein Bruder Scar bekommen, der als Kind deutlich vernachlässigt wurde, wie Scars Synchronsprecher Calvin Harrison Jr. bestätigte. Wie wir aus vergangenen Aussagen von Regisseur Barry Jenkins wissen, hat der Film größere Ambitionen als nur ein Prequel zu sein. Man wird beispielsweise nicht nur die Vorgeschichte erzählen, sondern auch viele Szenen aus der späteren Handlung von Der König der Löwen aufgreifen. Neben Calvin Harrison Jr. als Scar wird Brother-Schauspieler Aaron Pierre die Rolle des Löwenkönigs Mufasa übernehmen. Auch Timon und Pumba kehren zurück, und zwar als Erzähler der Geschichte. Sie werden wie in Der König der Löwen von Seth Rogen und Bill Aigner synchronisiert. Ebenfalls mit dabei ist der alte und weise Schamane Rafiki, der von dem südafrikanischen Schauspieler John Carney vertont wird. Bemerkenswert ist, dass man für Scar und Mufasa zwar neue, jüngere Synchronsprecher gefunden hat, viele der anderen Figuren aus dem 2019er-Film jedoch nicht ausgetauscht wurden. Das untermalt die Aussagen von Regisseur Barry Jenkins, dass Mufasa Der König der Löwen kein reines Prequel sei. Es ist noch kein genauer Termin für ein Release des ersten Trailers bekannt, bislang gab es nur, die der Öffentlichkeit nicht zugängliche Filmsequenz auf der D23 zu sehen. Wenn man davon ausgeht, dass Mufasa einem ähnlichen Muster folgt wie Der König der Löwen, darf man wohl erst ein Dreivierteljahr vor dem eigentlichen Starttermin mit Videomaterial rechnen. Aktuell ist der Kinostart von Mufasa Der König der Löwen für den 4. Juli 2024 geplant. Wir halten euch zu weiteren Neuigkeiten auf dem Laufenden. Laufenden 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 Untertitelung des ZDF, 2020